Mit der Version 26 können neu über das Treppenmodul auch Betontreppen erzeugt werden. Ich starte dazu mit Hinzufügen, Treppe, wähle hier eine neue Treppe als Variante. Wähle einen der Standardgrundrisse, z.B. Viertel gewendelt mit Krümling. Ich kann im nächsten Fenster die Werte für Laufbreite und die Lauflängen definieren. Ich übernehme diese Werte. Gelange dann in den Einstellungsdialog und finde hier neu, nebst den Optionen eingestemmt oder aufgesattelt, auch die Option Massivtreppe. Wenn ich diese anwähle, erscheint ein Infodialog, dass die Werte gespiegelt werden, d.h. dass links und rechts auf Massiv gewechselt wird. Danach kann ich wie üblich mit Parametern die Treppendetails konstruieren. Ich kann hier z.B. die Trittdicke definieren und den Trittüberstand. So kann ich, wenn z.B. ein Plattenbelag auf die Treppe montiert wird, diesen bereits mitkonstruieren. Wenn ich diese Werte auf Null stelle, dann wird die rohe Treppe bis zur Lauflinie gezogen. Ebenfalls kann ich im Wangenmenü die Werte für die Dicke der Wange bestimmen. Oder wenn ich bereits früher Bett und Treppen erstellt habe, über Laden eine Voreinstellung importieren. Ich wähle dann OK. Im Resultat sehe ich wie gewohnt die Abwicklung links und rechts des Treppenkörpers, sowie die Details mit den Plattenbelägen und z.B. hier der Austritt. Danach wähle ich Zurück, werde gefragt, ob ich den Treppenmodus wirklich verlassen möchte. Ich bestätige mit Ja und ich möchte, dass die Treppe für das 3D übernommen wird. Ich füge die Treppe ein und sehe nun das Resultat. Der Treppenkörper als Spline und der Plattenbelag als Platten konstruiert. Dieser Körper lässt sich nun wie gewohnt weiter bearbeiten mit allen Möglichkeiten, die wir in CADOG 3D zur Verfügung haben.